Ich weiß genau, dass ich was Bedeutendes machen werde, aber ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht wird. Ich heiße Mark. Mark Chapman. Ich bin hier, um John Lennon zu treffen. Nicht zu glauben, dass ich genau hier stehe. Magst du sein neues Album? Er hat ein neues Album. Ja, du wie. Du kaufst es und fragst John, ob es dir signiert. Weißt du, ob er zu Hause ist? Demnächst werde ich ihn persönlich treffen. Toll. Gefällt dir New York? Kein Vergleich zu Hawaii. Hawaii. Hawaii hat mein Leben verändert. Da würde ich auch gerne hin, irgendwann. Hallo John. Ist das dein Freund? Er ist ein Beatles-Fan. Er möchte so gern Autogrammchen geben. Das ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Diesmal ist es wahr. Das ist kein Zufall. Würdest du mit mir fortgehen? Du und ich, wir hauen hier ab. Wir können doch jetzt nicht einfach weggehen. Warum zum Teufel nicht? Wir müssen sofort weggehen. Wir müssen jetzt los. Ich fürchte, morgen wird ein ziemlich harter Tag für mich. Wenn die Zeit reif ist, wird es passieren. Du gehst doch jetzt nicht, oder? Wir haben John doch noch nicht gesehen. Vielleicht lieber ein anderes Mal. Ich bin der Fänger im Rock. Hilf mir, Teufel. Bitte gib mir die Kraft. Wer gehört mir? Tu es, du verlogener Feuch! Nein, 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 nein! Mr. Lennon. Er ist ja nicht es! Ichinta� auf dennoch. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020